119 zu einem kurzen update video zur dauerkarte kurz meine entscheidung weil es ja doch einige auch interessiert und es jetzt irgendwie zu einem zu großen thema machen zu wollen und dazu natürlich kurz auch ein update jetzt hier vor dem ende der wechselphase und eben auch dann vor dem start vom mitgliederverkauf nächste woche kurz und knackig ich habe meine dauerkarten nun verlängert habe ja in einem längeren video über die thematik gesprochen und eben dazu dass ich ja vor dem hoffenheim spielern ein flock verbot bekommen habe also einzelner kann schon der kurve dass mich da nicht mehr floggen soll dass aus der aktiven fanszene heraus wie gesagt mehr dazu in dem älteren längeren video was ich glaube auch schon viele von euch angeschaut haben auch viel resonanz kam es war sehr schön anzusehen und heißt eben auch habe sie dauerkarten in der kohle verlängert also wird es auch keine regelmäßigen flocks zu jedem spiel mehr geben zumindest auf jeden fall nicht mehr in der form wie ihr es bisher kanntet werde meine gedanken da machen überlegen was man da als alternativen machen kann also sowas wie spielphase da sowieso war ja auch in foxmann in bestandteil vielleicht auch irgendeine form von irgendwie abgespeckten flocks oder so das hauptproblem ist ja vor allem dass die im stehbereich und sowas eben nicht zu sehen sein wollen vielleicht finde ich da irgendwie andere ideen da irgendwas peppiges draus zu machen so gerade musik und so habe bin ich ja großer fan von mir kurz und knackig ein bisschen was musikmäßiges aus dem stein und flock zu bauen mal sehen was mir da was mir da so einfällt community flocks natürlich auch eine idee videos von euch mir zuschicken und daraus was basteln wer weiß was ich auf jeden fall machen kann ja auch schon gemacht habe gegen hsv sind audioaufnahmen da ist das thema mit filmen vorbei geht es nur um die die stimmung dann sie kann ich auf jeden fall irgendwie auffangen aus der kurve die stimmung und wie gesagt vielleicht habt ihr auch ein paar ideen was man da so machen kann gerne die kommentare damit und was ich auch vielleicht ein paar mal geben könnte sind dann ebenso flocks wie gegen hsv relegation was ich gesehen habe wenn familie oder freunde woanders sitzen und mir dann vielleicht was filmen mal sehen ob das kommt wie oft das in der saison kommt und natürlich auch anderes thema weil es ja nicht mehr kurve und so kann man ja auch im neutralen bereich sitzen im sitzbereich sitzen vielleicht ist ja auch auswärts mal hier und da was möglich die flocks brauche ich auch keinem erzählen oder keinem neu erzählen werden mir fehlen ganz klar geschichte auch im kanal natürlich weil es einfach die sag mal die die treiber des kanals sind durfte ich also die mit den meisten aufrufen mittlerweile auch da wieder ein riesen dank an alle die sich die videos reinziehen irgendwie eine vfb news da recht 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 direkt quasi nach dem nach relegation war es glaube ich die stunde 15 läuft da 10.000 aufrufe also mittlerweile machen auch andere sachen dick aufrufe sagt vielen vielen dank an euch dafür aber sind ja trotzdem die videos die die meisten aufrufe machen auch die meisten abonnenten dazu holen und sowas deswegen hat das gefehlt und deswegen bin ich auch so ehrlich oder wird es fehlen und deshalb bin ich auch so ehrlich habe ich mich ja auch umgesehen so ist nicht aber wie auch die entscheidung jetzt hier zeigt nicht aufbiegen und brechen also nicht einfach nur weg damit ich irgendwo sitze wo ich filmen kann sondern die plätze in der kurve sind halt schon auch wirklich krass und es hätte halt wirklich auch eine sehr geile alternative geben müssen und die gab es halt einfach nicht vor allem geschaut habe ich natürlich neben der kurve aber dieser blaue bereich sag ich mal und vor allem auch da block 51 e war so eine war so eine hoffnung hatte ich mir angeschaut aber da gab es jetzt selbst in der wechselphase gab es da nichts gutes keine chance vfb shop in eine komische nummer so manchmal reserviert man manchmal klappt es manchmal tickt man auf den auf den platz dann kommt ein seiten fehler war eben ganz wildes ding wieder hier alles mit vfb shop und online oder gab es einfach nichts so ganz einfach wie gesagt auch da hätte ich nicht irgendwo meine plätze geholt geholt sondern gehofft irgendwo mittig oder sowas wie gesagt nicht auf biegen und brechen aus der kurve raus aber wenn es was gegeben hätte hätte ich den schritt vielleicht getan aber gab es eben nicht was jetzt auch schön überleitet eben mit dem thema wechselphase zum kurzen update zum dauerkartenverkauf aktuell weil zum jetzigen zeitpunkt ist es der beste dauerkartenverkauf aller zeiten beim vfb wurde auch berichtet also was wir fans da wieder abreißen ist komplett krass nach so einer saison nach solchen saison eigentlich nahmeln vorletzt auch noch mit rein nimmt gab auch mitglieder boom also das muss man echt sagen diese mitgliederkampagne funktioniert seit mai sind es fast 6000 neue jetzt sind wir schon bei 84.000 grob und eben wie gesagt bei den dauerkarten wird auch mehr als nur abgeliefert es gab letzte saison knapp 30.000 verkaufte dauerkarten und von denen wurden jetzt schon 26.000 verlängert das ist wirklich bockstark und die wechselphase und eben jetzt auch die letzte chance auf die die eine dauerkarte haben sie zu verlängern ist morgen rum läuft bis sonntag ich tippe wahrscheinlich nach 23 59 wie auch immer und dann eben der mitgliederverkauf ab dienstag um 10 uhr da wieder maximal zwei karten pro mitglieds account und jetzt habe ich euch hier mal ein paar screenshots gemacht weil es sicher einige gibt die zuschauen die in den verkauf auch reingehen wollen am dienstag wie es so stand heute also samstag 17 30 grob wie es aussieht die komplette kannst oder kurve ist schon die ganze zeit ausverkauft ganze zeit schon alles weg vielleicht werden da dann zum mitgliederverkauf noch so ein paar einzelne frei wie gesagt haben noch ein paar leute gerade ihre dauerkarten reserviert und verlängern sie dann doch nicht und es ploppt irgendwo in keine ahnung fünf verschiedenen blogs noch jeweils eine irgendwie auf aber wie auch einige von vfb auch schon gesagt haben aus dem aus dem bereich da marketing und sowas kann es gut sein dass auch quasi einfach nichts frei wird wie gesagt 26.000 dauerkarten von 30.000 verlängert und dann natürlich auch der hauptbestandteil von denen die verlängert wurden in der kurve und stehplätze natürlich auch ein thema da wird es auch nicht viele geben denke ich mal aber zumindest ein paar und auch die paar waren es auch in keiner verlängerungs phase in keiner zusatz platz verkaufs phase sage ich mal für quasi nur dauerkarten inhaber sondern diese die stehplätze in der kurve gehen erst raus eben zum mitgliederverkauf die paar die da übrig sind habe keine ahnung wie viele es da sind aber ich kann mir nicht vorstellen dass da viele sind also in der kurve wenn es überhaupt was gibt dann schon sehr sehr wenig würde ich mal prognostizieren habe aber natürlich auch aus allen anderen bereichen mal so ein bisschen paar screenshots gemacht neben der kurve wo ich auch geschaut hatte wie sagt auch da quasi alles weg hier beispielsweise auch eben der block 51 e oberrang 56 a geht noch ein bisschen mehr generell oberränge gehen immer ein bisschen mehr als in unterrängen auch in den richtig teuren bereichen mal geschaut bleiben auf der gegentribüne auch da ist einiges weg hier als beispiel mal block 52 e ist eine kategorie die irgendwie 680 euro kostet oder sowas vollzahler könnt ihr alles im block plan noch schauen auch eine empfehlung von mir wissen wahrscheinlich eh auch schon einige aber empfehlung ist das 3d ticketing vom vfb das ist schon sehr sehr geil kannst ihr aus jedem blog die sicht rein ziehen eben 3d stil möglich aus dem blog in stadion gucken ist sehr geil gemacht link unten in der video beschreibung natürlich auch die preise für die dauerkarten bereiche für die dauerkarten plätze natürlich auch unten verlinkt eben die vfb übersicht seite weil dazu habe ich auch schon mal was gelabert und ich glaube das war sogar genau in dem video was ich vorhin angesprochen habe in dem langen vfb news video wo ich kurz auch die dauerkarten verkauf angesprochen habe türkamer kurve geht vor allem tief einiges also in tiefen blöcken hier beispielsweise 73 b zentral unterrang von der türkamer kurve geht einiges aber eben weiter oben nicht in so rand blöcken geht natürlich sehr viel der zum beispiel ist hier quasi direkt am auswärtsblock 71 e da ist quasi alles noch frei wie gesagt oberrang geht auch meistens noch ein bisschen mehr als unterrang hier zum beispiel auch 79 a auch das war so ein bisschen eine option bei mir im kopf aber am ende auch einfach nicht 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 wert quasi einen schritt dahin zu machen aus der kurve raus nur für die flocks nicht so nicht so das wahre aber das war auch so eine idee da oberrang vielleicht da geht auch einiges auch in tieferen reihen glaube so zweite dritte reihe oder so ist auch ganz geil da oben oberrang mit dem blick kratos auf die kurve und auch auf der hauptribüne habe ich was gescreenshottet auch da ich sag mal in kurven nähe sag ich mal ist da auch einiges weg hier zum beispiel block 28a ist vieles ist vieles schon weg also wie gesagt dauerkarten verkauft ist brutal es wird glaube ich auch wieder eine sehr willnummer werden am dienstag morgen dann wenn es für euch für manche von euch in diese schönen vfb warteschlangen reingeht wenn wie gesagt schon über 26.000 dauerkarten verlängert wurden hauptribüne unterrang gibt es noch keine dauerkarten auch wenn sie ja wohl wieder karten geben soll oder eben voll sein soll dann zum saison start weit gehen ich glaube 56.000 wurden ja mal mal berichtet dass die wieder gegen bochum schon wieder am start sein sollen aber eben noch keine dauerkarten und ich glaube das höchste beim vfp bisher müssten diese 33.000 verkauften dauerkarten gewesen sein 2018 2019 aber eben da natürlich auch noch mit einem vollen stadion also da war gab es auch dauerkarten für unterrang hauptribüne letztes jahr haben sie es mit derselben ausnahmslage wie jetzt also eben keine dauerkarten in der hauptribüne im unterrang haben sie es glaube ich auf 30.000 gedeckelt 30.000 danach haben sie den verkauf gestoppt also kann ich mir auch hier wenn die 26.000 verlängert sind vielleicht ein paar mehr jetzt noch dann bis zur wechsel bis bis wechsel vorbei ist kann ich mir nicht vorstellen dass der vfb das dann wirklich ewig lang laufen lässt also in sachen verkauf laufen lässt vielleicht dauert es ja ein bisschen länger bis sie verkauft werden aber bei dem ansturm kann es auch im dienstag schon recht schnell gehen 26.000 vielleicht sind es halt diesmal nicht 30 sondern 31 32.000 glaube nicht dass die auf 33.000 dauerkarten gehen werden also wahrscheinlich werden die echte mitglieder verkauft nach irgendwie so 5000 dauerkarten jetzt mal grob geschätzt oder so stoppen also es könnte dann dieser auch theoretisch recht schnell gehen wobei natürlich auch die billigen oder auch die geilen bereiche von mir aus natürlich auch schon weitgehend ausverkauft sind also vielleicht zieht sich dann deswegen ein bisschen länger weil es eben nicht mehr die allzu beliebtesten bereiche sind vielleicht die frei sind am dienstag da muss man mal abwarten wie es dann aussieht am dienstag hoffe ich habe euch so ein bisschen überblick geben können vielleicht auch ein bisschen so ich sag mal erwartungshaltung geben können in welchen bereichen noch viel möglich ist in welchen blöcken er noch weniger möglich ist natürlich auch die entscheidung die auch ein paar interessierten auch für den kanal wichtig ist dauerkarte verlängert mal gucken wie es in sachen alternativen aussieht und dann schauen wir da einfach mal weiter natürlich wie immer gerne auch eure meinung eure ideen und sowas wie sagt auch vorhin schon angesprochen gerne in die kommentare dank fürs zuschauen natürlich wie immer gerne auch kostenlos abo und like da lassen ganz klar geschichte und bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal